Hallo, ich bin Numsie und ich erzähle dir heute etwas aus der Weltgeschichte. Das Krisenjahr 1923 Über ein paar Dinge solltest du schon vorher Bescheid wissen, nämlich über die Entstehungsbedingungen der Weimarer Republik und den Versailler Vertrag, besonders dessen Reparationsbestimmungen. Am letzten Tag des Jahres 1923 charakterisierte der britische Botschafter in Berlin, Viscount Durbinor, das vergangene Jahr durch folgenden Tagebucheintrag. Nun geht das Krisenjahr zu Ende. Die inneren und äußeren Gefahren waren so groß, dass sie Deutschlands ganze Zukunft bedrohten. Dabei bezog er sich auf vier Ereignisse, die das Jahr 1923 zum Krisenjahr machten. Der Ruhekampf Die Inflation Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com